Ganz Bremen steht hinter Werder und wir drücken der Mannschaft die Daumen, dass sie da unten rauskommen und dass der Weg wieder nach oben geht und wir im Rathaus stehen natürlich auch an der Seite von Werder. Wir würden uns sehr freuen, wenn das mit einer großen gemeinsamen Anstrengung von Mannschaft, von Fans, von ganz Bremen, von der ganzen Region schafft und dass wir bald wieder im Bremer Rathaus große, große Erfolge von Werder feiern können.